Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Oder Episode eher gesagt Von Darksiders Heute gibt es eine etwas überzogene längere Folge Eine kleine Doppelfolge, also 2x45 Minuten Ist wie in der Schule, einmal 1 Stunde 30 Minuten Das heißt nach 45 Minuten machen wir einen kurzen Cut Und dann geht es weiter Okay, äh, ja Erstmal gucken, wo sind wir hier jetzt Genau, hier sind wir Das ist unser Speicherplatz, das heißt Dadurch müssen wir Moment Hä? Haben wir das nicht schon gemacht? Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch schon gemacht So, ein Schwert haben wir schon hier drin Da sehen wir es Und noch zwei Schwerter brauchen wir noch Hier lang Alles klar Gewisse Hebel umwerfen Hier Quasi da dran können Okay Ich hab's gedreht Oh, da ist noch was Muss ich jetzt da Warte mal Ah Gibt's hier nix zum werfen? Ja doch, aber Warte mal Warte mal Da drauf Da drauf muss ich kommen Was ist denn da oben? Da oben ist auch so ein Teil Hm Irgendwo Da Gehen wir dann zum Schluss hin Moment, dann fliege ich Guck mal, ob ich da Äh Fliegen kann Passt Passt Sehr schön Wir haben jetzt das Äh Die alte Insignia Aufge Oder können wir hinterher Schön bei dem Vulgrim Zeigen, ne? Bitte mal So Jetzt müssen wir nur noch Ausfinden Wie wir das hier Hinkriegen Beziehungsweise Wie wir da jetzt Wieder hochkommen Ich glaub hochkommen Aber das hier Ding Hier müssen wir Kaputt machen Dieser rote Stein Und den können wir nur Kaputt machen Wenn wir solche Explosionskugeln Kriegen Aber wo sind Diese Hier eine Ja So Das heißt Der explodiert Nicht Den können Ja Inaktiven Klebrigen Bomben Und werfen sie Sie dann Gegen diese Steine Heißen Wenn ich Diese Inaktiven Bomben Dann Gegen diese Steine Werfe Und dann Anzünde Dann sollte es Funktionieren So Zack Und jetzt Den Und den Alles klar So mal gucken Ob wir das da oben Auch hinkriegen Weil da oben Müssen wir eigentlich Das auch Treffen Oder Weil da oben Müssen wir auch Müssen wir Da wo Warte mal Aber da komme ich nie hin Ne Komme ich da hin Ne Ne Da komme ich nie hin Das ist super geil Ja da oben Okay Wir aktivieren das erst Okay ich hätte da vorher drauf gehen sollen Ah Ah okay Mitnehmen So Geht doch Was haben wir hier Einen geheimen Weg Das ist super geil Ja da oben 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 er kriegt damit war es das ist denn hier da oben ist was a im 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 her das wird im Nochmal. Den und den. Wie kriege ich den denn da runter? Warte mal, ich baue da mal so eine, wie so eine Leiter hin. Vielleicht so eine Kettenreaktion. Da? Sollte funktionieren. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Sag ich doch. Klappt doch alles wie am Schnürchen. Okay. Heu mal dieses von Wand zu Wand Geschwebe Das ist auch so So eine Sache So Sesam öffne ich Seelen Und noch einmal seelen Und das Schwert Und zurück Juhu Die Tür ist frei geworden Ab geht's Okay Alles klar Mal wieder kämpfen hier Das ist schön Ich bin Okay, erstmal machen wir die Truhe auf, dann ist der Zorn. Sehr gut, ein Zorn mehr und die legendäre Truhe. Aha, da ist dieser verzierte Schlüssel. Ja, verzierter Schlüssel hin oder her, das ist zwar schön und gut, aber wir brauchen noch die... ...Wert. Oder? Warum? Wo waren wir denn noch? Da links, ne, das ist dieses Runde... Rechts waren wir noch nicht, oder? Oder war das geradeaus? Ne, Moment. Ne, das war das mit den Dingern. Geradeaus war mit den... Da ist... Und rechts kommen wir... Hä? Ja, aber ein Schwert fehlt doch, oder nicht? Wo kriegen wir das denn her? Das war das mit dem Dingern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Der Gefängniswärter. Ich glaube, der ist nicht wirklich erfreut von unserem Erscheinen. Der Gefängniswärter. Der Gefängniswärter. Der Gefängniswärter. Der Gefängniswärter. Der Gefängniswärter. Das war's für heute. Der Chaosfresser ist voller Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. Ja, nice. Das war's für heute. 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 Wir sind hier angekommen, das ist schön, oder auch oben, oder wo sonst. Den nehmen wir mit, den brauchen wir wahrscheinlich, genau dafür. Ja, aber genau. Sehr schön. Ah, warum auch nicht? Das ist super. Ah. Okay. 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 Ah, fuck. Hat er mich doch gekriegt. Scheiße. Egal. Doch mal. Oh. Das war's für heute. 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 Sehr schön. Das war's für heute. Jetzt kommt da ein Weg. Das war's für heute. 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 Und das müssen wir noch. Das war's für heute. 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 Alter, hier Party am Start Aber sowas von Und da ist halt letztes Schwert Alter Nein, nicht nochmal Okay, wir machen eine kleine Pause Hier sind gleich wieder da Bleibt dran